und ist schon fertig wir sind noch irgendwie beschwartet aber keine ahnung es geht ja echt gut hier habe ich im hoch zu kommen weiß noch nicht braucht kann ich so hoch geht ja geht aber die dinge sind nicht gleichmäßig okay aber kommen als erstes ding lassen wir das so als erstes das erste mal das holzdach holztür das ist unser ding hier so das ist geil da steht ja instant hier das teil ultra dreckiges ding wie immer dieser fenster gar hier ob sie gut sein wenn irgendwelche sind wenn irgendwelche rein spucken ja ja ich drücke mal falsche taste holz brauche okay dann doch mal locht hier der pente soll mal lochen jetzt jetzt der wix cool mann okay dann haben wir jetzt noch ein bisschen holzi holzi haben wir eh hier der dino doch den hätte ich bock ich bin gespannt was der kann ach so ich könnte mich ja sogar hinlegen damit es wieder tag stimmt erst mal erst mal erst mal hier die wieder zu hier das schön am fenster schlafen so dieser polis gesunde munter passt falls eins von zwei schön ach so wir können noch ein oha hallo sie auf ja mein bros war frei hat er ist ja mies geil müssen überdacht sind ja okay ja das ist das dachte ich mir aber ich wollte mal schauen so nein stopp wie hier jetzt geht das nur ein dach hier drüber und nacht wie lang schlafen man denn oder was ist irgendeine anzeige ja war erholsam körper hat ich kann hier noch skillen hier und ich kann ja viel von auf skill werte erhöhen und einmal auf leben drauf so technologien bauwerk läuft ein paar durch wird der gefest gesetzt nur für kleine paulsen menschen futterdruck ah hier kann können sie sich dann verdienen bedienen die pauls bauwerk bergarten viehfarm eine farbe schafe hühnern ähnliche pols weise der farm geeignete pols zu um sie sie werden automatisch gegenstand produzieren okay da habe ich ja habe ich eigentlich sonst ein eiertyp da gleitschirm oh mein gott oh mein gott holz und stoff feuerbogen feuerfeile hört sein das wohnzimmer möbel set macht es gemütlich ist aber nur deko das fühle ich halt feuerdrüse hier kannst du leckere bären auch anbauen für die arbeit benötigt man pols die die aussaat bewässerung und sammeln beherrschen das kann man den zuweisen oder was krasse scheiße reparatur set alarmglocke eine glocke mit der du die armenreinschaft der pols im lager ändern kannst lege jederzeit fest und deine pols in einem angriff drückschlagen so dass ich auf die arbeit konzentrieren sollen klingt gut poldex hier foxparks oha kurs ist für eine foxparks keine daten pengolett hochkratzen habe ich vorhin gesehen ja krimis der dream ui dann diese eine höre 4 hier also es ist nirgendwo sie können diese hofer nicht hin muss ich kann das 50 werden technologien alles alles wunderbar kann man ja so 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 dinge bauen treppen hallo immer wieder aufwerten die teile habe ich futterdruck futterdruck und noch ein paar betten hier das nicht genügend materialien ok ok baddings material holz wir brauchen wir brauchen mehr von denen jetzt sind ich dir noch ein bruder ein bruder heranschaffe mein freund schon mal das ist doch ein bro hier ich heute mal kurz hier der muss man ob du du musst mal laufen hab ihn so noch mehr mitarbeiter hier dieses ist meine sorry okay noch mehr mitarbeiter soll ich habe auf dich geschossen wollte ich nicht dass du mir holz bringst geht erst beim bester durchs haus gegangen hallo jetzt passt freut mich sie gut aus hier zack zack mal laufen auf geht's guck dir das an wie geil das sind meine arbeit das sind meine 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 bros krass also wenn der so produktiv wäre wie die guck dir das an digger was hat er denn hier gemacht krass kann man denn nicht sagen dass wir holz machen sollen speziell ich brauche holz jetzt aber die gesehen die die malochen da wirklich klingt ja auch einen schönen platz guck dir die an ey guck dir die an psychos passen zu mir den also den machen wir als selben wettes das sind liebe baue in folge einstellen zurück zum baue in folge rechts ok so dann kann man ja ja ok verstehe ja guck an oh mein gott wie geil jetzt hier auch oder was ich wollte nichts in der hand haben ich wollte nichts in der hand haben der trock na klar geht sie auch essen kein problem holz brauche ich schleppt zu viel mit kein problem ist ja wie arg die steuerung hier drüber krass und auch holz warte mal warte mal kurz paul anweisen moment vier wieso paul belegt dann legt ein päuschen ein ja dann macht päuschen kat wir ist jetzt ja ein päuschen oder kativa sorry kann dir noch anderen namen geben hier maloche 1 2 3 ich nenne die alle las ich nenne die einfach alle las beste wir können sie da essen ja hopp ihr könnt euer fütterdruck selbst bauen das ist so ein bisschen wie siedler oder sowas du tust das schema hinstellen und dann kommen wir bauen voll geil sowas hätte ich auch mal wieder bock auf richtig schönes siedler nicht zu komplex aber öffnen tun wir den bären ein paar sachen was ist keine Ahnung was die alles essen geil mann ultra ist ja echt krass wir brauchen noch einen koch aber das geht ja eh ach die tun sich selbst essen da rein ja ok dann esse ich das vielleicht okay tun die selbst essen da rein alles klar dieses box geräusch macht mich irgendwie fertig rein in die pfanne rein in die pfanne dieses box geräusch hier ok ich kann verbessern steht da ne v war verbessern bären garten und setzte ein paul ja ok ich wollte eigentlich erstes ding bauen hier habe ich bären ganz schön geskillt ne das wollte ich ja nicht bauen so eine fifa bären samen habe ich holz fehlt mir fehlt immer holz aber die tun die sammeln immer nur steine aber die können aber auch holz sammeln habe ich gesehen oder die ne 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 nicht doch die sammeln es nur auf wenn es am boden liegt aber die sind ja laut laut ähm beschreibung können die ja nur nur stein aber wenn es am boden liegt nehmen wir es trotzdem mit du scheiße alter zack auf geht's oha jetzt geht schneller zu zweit sehr geil säen ja klar hui hui rote bären laut dem link machen die das selbst aber ich kann es auch machen ich will so eine hühnerfarm bauen damit damit die oma motorrad fahren kann äh fahren kann beste listen ok yo ok cool 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 und anscheinend alles was du machst kannst du den pauls überlassen den paul 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 ich habe am anfang paul gesagt bei der ersten beim ersten intro ding verrückt hast das war's wachsen ernten ok habe ich äh was muss ich machen setzte einen paul setzte einen paul für arbeiten im lager ein ja wie was macht er ein was versteht da bei denen ist sammeln da die haben eine grüne note warte was war das nochmal poldex poldex sammeln ach das ist sammeln handwerk bergbau transport ok 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 die hier sammeln farmarbeit farmarbeit transport handwerk kommt noch drauf bringen was das heißt ich würde gern das hier schon bauen hier so eine so eine zucht da hier äh holz und fasern klar holz und fasern die psychos hier ich brauche jemand der der hier abholzt aber es geht eigentlich das ist ganz witzig habe ich schon gut hungrig der ist hungrig hat sich was zum essen das macht er hier ok dem geht es wieder gut helfen die beim wachsen hier oder was tun die da die die anbeten geil man scheuer aber lustig ich bin voll zu verwirrt und nie so was gespielt hier sehr verwirrend war aber lustig hier hier kommt andere macht ein päuschen hopp das geil bei denen ist 66% geil ist anscheinend so eine art ähm leben für die oder so so eine lebenselix hier steht denn das ach da oben steht es ok ok krass ich drücke halt ich drücke halt gedrückt mal was trinken derzeit geht nicht ok jetzt kommen alle jetzt kommen alle und malogen mit mir gemeinsam so und jetzt schau mal schau mal wir haben das abgeerntet wir haben das abgeerntet hier und bringen es in ihren eigenen Futtertrog ok hier kann ich glaube ich die die Hühner hin tun wenn sie sich selber züchten oder was Hühner da hin ja das habe ich gecheckt der und der legt dann hier anscheinend die pols haben keine betten sorry da fehlen noch ein paar betten braucht noch ähm holz wieder gut wie immer holz die ganzen steine einsam oder was das ist ja nicht die haltbarkeit der axt das sehe ich glaube ich nur wenn ich tab drücke hast du nicht in deinem Gehege schlafen brauchst du extra Bett oder was gut das ist ein Ei jetzt schlepp dein Ei an krass dann gehen wir nach vorne haben wir da mehr Platz ok die anderen Bonde schon aber wenn ich mitbrauche geht es schneller alles gut ok haben sie verbessern geil ausrüstungswerkbank und baue Statue der kraft ich habe irgendeine Statue geskillt was das ist ich habe Alarmglocke eigentlich geskillt damit ich den Pols sagen kann was sie machen sollen ok kriegt man auch alles zurück ich wollte es halt ein bisschen anders hin drehen alles dahin fast ah die kommen alle jetzt däm 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 sind so geil die Typen ey die sind so geil feier die man ok aktuelle Anweisungen die Arbeit konzentrieren ja aber konzentrieren komm mal lochen haben wir schon mal lochen hier was macht er ach so der hat Hunger oder was und frisst dann hier oder was treibt der da ach ich glaube der hat gegessen ja gut sah ein bisschen psychomäßiger aus sah ein bisschen psychomäßiger ich sag es Paul ausrüstungswerkbank und baue eine Statue bauwerk 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 das Ding Statue der Kraft und Paul ausrüstungswerkbank habe ich glaube ich noch nicht ne bau bauwerk 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 oh die Bauer von außen geil hu hundreds reparieren aber mal repariert schön Rüstungsschilder oh wir müssen jetzt diese Schilder bauen verrückt verrückt wenn sie noch tragen so warte ich wollte hier schauen weil mir fehlt holz doch ich jemand der holz kann ohne witz jetzt ist alles auf holz aufgebaut ok 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 nice nice höher 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 zu viel habe alles gebaut was ich hier habe hier nochmal rechnologie was haben wir denn schönes schlingen dinge euch das bauwerk dekoratives einrichtungsset macht das wohnzimmer gleich gemütlicher dekoration bin ich jetzt nicht so zu haben bauwerk coole bar look ja ich habe ein punkt ja dann speichern müssen wir gleich level up level up müssen gleich level up hier reparatur setz werkzeug für alle die reparatur von gebäuden kaputte gebäude können damit wieder ins stein gesetzt werden normal schild war mal so schön denn es ausschaut helfen die auch ja wie hat er keinen bock mehr da was er ist verliefst und dann geht er wieder das schwein habe er immer noch trotzdem weiter das schild nehmen hier schilde ein mithilfe von pallium technologie entwickler mysteriöser schilder regeneriert automatisch nachdem er einige zeit lang kein schaden nimmt habe ich jetzt so ein wert hier oben dieses blaue glaube ich ist neu irgendwie vor über halo 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 und du das auto dein freund hey geht das oder wir können dir noch so was macht dann nicht ein schafohlen schaf uns hier können was macht das eigentlich das geht glaube ich auch dahin oder das macht dann also das der earcuz geht halt hier ein bisschen komisch Globkoch ich hab die glocke auch weg Ich tue die mal woanders hin. Ja, keine Ahnung. Halt hier, was weiß ich. Das war so ein bisschen verbuggt hier. Sind sie das teils oder was? Die pennen alle. Ah ja, ich kann auch pennen. Lass mir das mal bis morgen früh. Es pennen alle. Ich kann die auch pennen. Kann ich pennen, wenn es kalt ist? Schlafen. Oh, jetzt klappt es. Ah, ah, ja. Jetzt ist Tag. Alle munter und schön. Jetzt hat es geklappt. Es reicht, wenn ich da ein Dach habe. Locker ist es schon gebaut. Geil. Okay. Ich kann da nicht Pfeile bauen. So. Ich muss mal schnell pink. Lass den in der Zeit Pfeile bauen. Ich komme sofort wieder. Kann man ja beobachten hier. Hier ist ja Aquarium-Effekt hier. Sehr geil. Du hast jetzt irgendeine Taste, die gedrückt bleibt mit F. Fuck. Wir sehen, wenn wir irgendwelche Makros bauen. Wie geil. Wir bauen da munter weiter. Krasse Scheiße, ey. Kann es keiner mehr zählen, Digga. Geht mit den Pfeilen? Geht der schnell noch bei dem? Der Ultra. Oh. Oh, 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 oh. Ich vergaß erneut. Scheiße. Ja, Herzschlag hier. Wieder reconnecten hier. Das ist so hoffentlich geladen. Ich muss den anstecken zum Lani-Tastatur. Nervt auch schon mit Kabel. Ich habe immer etwas voller Tastatur. Wie geil. Guck mal. Connecten-Spun. Der tut hier mit... Der tut wirklich da... Der tut da wirklich das alles richtig machen. Das ist sogar wieder connected. Geil. Krass. Ultrageil. Hammer. Das dauert so länger mit den Pfeilen. Ich glaube, wenn ich das mache, ist das schneller. Aber scheißegal. Oh, ich brauche ein Bettchen sehe ich gerade. Ich brauche noch ein Bettchen. Habe ich gerade gesehen. Hier. Holz fehlt mir. Yo. Die Bäume ist born schon schnell nach. Werden die Typen jetzt mal dein Leben lang, wenn ich dieses Geräusch hören, dass er mir die ganze Zeit hier durchdicht, durchdicht, durchdicht macht. Ich mach doch auf 90 hier. Produzieren die dann Eier? Habe ich genug Holz? Was kann ich für ein Baum ziehen Holz? Yo. Hat geklappt. So. Gut. Kann fertig gebaut werden hier. Danke. Ist jetzt weg von den Pfeilen. Na komm mal. Ich war jetzt selber fertig. Aber da hat er seine Prioritäten. Hat er seine Prioritäten hier? Kannst du ein Bäumchen, dass ich noch eine Kiste baue? Das Lamm hat sogar gebaut. Ja, so ein eigenes Bett anscheinend. Das passte dann. Yo, das brennt. Der ist anscheinend durchs Feuer, doch der Depp. Anscheinend durchs Feuer, doch. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das sieht aus wie ein Stück Fleisch. Aber irgendwie tue ich ja jetzt Bärengrillen. Ich habe noch ein paar. Ich habe Bock, noch ein paar zu holen. Habe ich Bällchen? Acht. Heiden und Mats Fimper. Ja, natürlich habe ich Mats Fimper neu. Die tun ja alle mal hoch. Komm, komm. Sagen wir mal ein. Ich kann kaum gehen. Oh, hier ist das echt krass gemacht, wenn du zu viel trägst. Du wirst extrem langsam dann. Und bleibst sogar stehen. Bei NOS kann es halt immer gehen. Ganz langsam. Wie wirft der hier? Mal drei Stück, ja? Helf mir mit. Gibt gar nicht, oder? Nicht anheben. Oida. Ich kann den irgendwo hin. Warte. Erhalten. Jetzt hat. Schnell mithelfen. Wow, zu zweit geht es ja geil. Frisch-Haid, man. Frisch-Haid. Cool. So stein muss ich jetzt auch nicht mitnehmen hier. Samen müsste ich noch anpflanzen. Erd, das brauche ich jetzt auch nicht. Warte, ich habe noch eine Kiste bauen. Habe ich irgendwelche neuen gesehen? Was ist das für einer? Pinguin. Okrates. Kremis. Dead Dream. Irgendwas ist neu hier, weil er doch oben blinkt hier. Was ist das? Wow. Das ist ein Löwe. Mammur-Rest. Okay, Mammur-Rest halt. Okay, okay, okay. Wo habe ich denn den gesehen? Krass. Wer ist denn noch neu hier? Also wer ist denn noch? Da. Den Diener habe ich gesehen. Also hier komme ich erstmal nicht weiter. Ich kann noch ein paar, ich kann noch ein paar Zähnen. Ich muss mal die Dinger nehmen. Ich glaube, die müssen jetzt gar nicht so viel, ja, dann mal los. Warte mal. Äh, Management. Wir können eigentlich... Einen können wir lassen. Und das da. Genau. Und dann machen die... Dann machen die scharf und andere Dinge. Ah, okay. Okay, okay, krass, krass. Scharf-Sachen machen die halt, ne? Komm, wir holen uns noch andere. Wir suchen noch welche. Noch ein bisschen verbuggt hier. Der Wegfindung. Hey, aber Wahnsinn. Wenn die hier... Wenn die alle irgendwie Aufgaben haben oder so. Das ist ja voll geil. Ich kann ja auch welche mitnehmen, mit denen ich unterwegs bin, so als Team. Habe ich jetzt aber weniger gemacht, denn... Ich wollte ja welche holen. Nicht, dass sie dann mit angreifen oder sterben oder irgendwas. Gibt es noch welche? Level Up bei mir müsste ich auch bald haben. Warte mal. Habe ich nicht schon das Ding gelernt hier, diesen Gleiter? Ne, gell? Doch. Ach, Stoff. Entfalt bei der Gleitung zu gleiten. Wo baue ich die? Gehe nochmal zurück. Aber Stoff habe ich nicht. Ich habe Wolle. Ein Material, das von Schafspelz gewonnen werden, wird zum Herstellen von Betten und Stoff benötigt. Zum Herstellen von Stoff. Wie mache ich das? Jo, was die hier alles machen, die Hühner. Sind ja bloß, sind ja bloß zwei. So, ja, ist eine Hühner und Schafe, deswegen. Habe ich hier so viel. Mal kurz mal hier bei Technologien schauen. Stoff. Dieser Stoff lässt sich durch Verarbeitung von Bolle herstellen. Wird die Herstellung von Rüstung benötigt. Machen wir direkt. Stoff. Hier. Nicht elf. Das ist nur fünf. Zack. Machen wir das gleich mal. Geht krass. Jo, level up. Dankeschön. Appreciate, man. Ausdauer. Hab Bock auf Ausdauer. Zack. Ja, Ausdauer ist nur zum Ziegen geskillt. Stoff nehmen. Technologien, warte, was gibt es da? Technologien. Pall, äh, Pall Ausrüstungswerkbank. Damit kann Pall Ausrüstung gefertigt werden, die für ihr Partnerfähigkeit benötigt werden. Okay, nehmen wir. Statue der Kraft nehmen wir. Standfackel für nachts. Ja, sehr geil. Äh, ich wollte den Gleiter bauen. Der da? Holz, ne klar. Aber geht mit dem Farm hier. Geht echt gut. Nicht gedacht. Malo. Malo. So, bleib gar nicht an. Ich da mache. Mit ihm. Anheben. Menü. So. Steam holen. Okay. Mit den Bären hier. Hier, Gleiter. Bäste. Ne, ich stand nur beim Bauen. Ich habe gerade nach dem Ding gesucht, ja nach einer Zeit, aber ich stand nur beim Bauen hier. Das steht nicht beim, beim Erstellen. Yes. Oha. Geil. 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 Oha. Geil. Digga. Schild. Baseballschläger. draufzuschreiben, mein Schläger, die gönne ich mir. Nahkampf. Ein Besselschläger für den Nahkampf. Holz bitte nicht als Ball benutzen. Okay. Gut, dass du sagst, würde ich, hätte ich nie getan. Natürlich Holz, warum nicht? 30 Holz für Bäste. Schläger, main. Muss nochmal auf Ausdauer gehen dann. Wichtig auch für den Kampf und so. So, jetzt holen wir so einen Schläger. Ja. Ja. Feuer, Feuerfall kann man nicht bauen, weil wir brauchen irgendwelche Feuergegenstände. Ultra witzig, Mann. Was war das? Stoffkleidung, her damit. Cool. Die Bären grillen da. Aber immerhin muss man nicht drauf achten, die grillen einfach. Nehmen. Oh, wie süß, wie knuffig. Guck mal an hier. Das ist eine ganz Liebe. Das ist eine ganz Liebe. Gut, dass das hier die ganze Slot verbraucht. Das ist wie ein Ding. Oh, der Char hat eh mal Hunger hier. Okay. Achso, beim Paul-Dinger kriege ich auch Fähigkeiten. Gleitschirm, Bier. Ich lese da immer Biergarten. Bärengarten. Ey, natürlich, ich bin ja immer Biergarten lesen. Bärste hier. Krass, krass, krass. Wild, 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 wild. So. Okay. Ich wollte nur die blauen. Die bleiben entscheidend länger liegen. Ach, man muss nicht in Nahkampf. Okay, okay. Man muss nicht rechte Mauser zurück. Nein, der weg. Okay. Die sollen die einsammeln. So viele Sachen von denen hier. Wahnsinn. So Bärensagen können ich auch pflanzen. Aber wozu? Angriff 25. Der hier 50. Dann bräuchte ich noch gar nicht mehr in der Tasche. Ich wollte das hier bauen. So eine wilde Statue. Zu Ehren von irgendwas. Die helfen alle krass. Machen wir mal gemeinsam. Hungrig. Ey, was ist gut? Ich habe Hunger. Ich habe jetzt einen Keks. Ja, mal los und gehen nach einem Keks essen. Oh, Koltz verstärken. Eigene Fertigkeit verbessern. Fanggeschick erhöhen. Na klar. Oder. V. Opfer der Pallseelen, um die Werte des Palls zu verbessern. Wie kann ich Opfergaben machen hier? Wie gesagt, da bin ich schon mal besser. Fanggeschick. Ich muss Seelen-Opfern. Noch ein Stoff. Und Brotstück-Dinger. Stoff kriege ich hin. Sammle ich live ein. Mach Stoff hier. Hier. Ja, die sollen mal da bauen. Und ich sammle noch dieses Ding hier ein. Das habe ich mir schon vorhin gesehen. Das ist anscheinend der Bereich. Der Bereich. Wie groß deine Basis ist. Das ist das Ende. Und ich glaube, hier ist das Ende so irgendwo hier. Ja, okay, hier. Hat jetzt einer mal lobt? Oder muss ich doch selber basteln? So ein Scheiß. Überfall, Wille-Patrouille. Wo? Bin ready. Einringen, jetzt rückschlagen. Wo denn? Oh, da kommen sie. Ich sehe sie, ich sehe es. Ich habe aber kein Team. Warte, 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 warte. V. Hier. Hier. Hilf mir. Wenn das irgendwelche komischen sind, die müssen mir helfen. Hier, du auch. Hopp. Helfen die Dinger nicht, oder was? Nein, ich schaffe die jetzt, aber jetzt erst. Okay, okay. Es ist, was da steht, und nicht umgekehrt. Was jetzt da steht, wenn man drauf... Okay, muss erst die Logik verstehen. Goldmünzen. Erster Angriff. Verteidigt. Warte mal, Flammenwerfer hier. Was haben die denn da? Goldmünzen, Brot, Palsphären, Wolle. Okay. Macht euch wieder an die Arbeit. Kontrolle Anweisung. Ein Ringe zurückschlagen. Aber konzentrieren. Gut. Ich hätte mir gesagt, Low Battery, schon als ich auf Toilette war. Muss ich kurz Switchy Wixi machen hier. So, hier. Zack, rein. Und zack, raus. Direkt ab. Oh, Maus. Und direkt Arming-Modus. Okay, let's go. Ich wollte gerade das Ding hier bauen. Holz noch ein bisschen. Oh, der Angriff hier, ey. Wild. Ab und vor was bauen. Warte mal. Standfackel. Hier ist dunkel. Gut, vielleicht spawnt der Baum hier nicht, aber es ist halt schön hell. Mehr Ausdauer, wichtig, wichtig. Geht schneller. Schön. Gehen alle schlafen oder was? Anscheinend haben wir beschlossen, dass wir alle schlafen ... Geht gut. Dann machen wir das. Gut, nacht. Tschööö. Was für eine geile Aufsicht hier. Auf den See. Das Haus am See schon wieder. Brut. Erdäert für das Mehlgebacken mit Nachtmitte. mit akzeptablen geschmack das ist ja immer noch hier mit dem bären macht es fertig und schau vielleicht kann ich ja brot backen das ist laut so spiegelei so viele gehen die eier so an sich auch kaputt ja genau kaputt die müssen ja gebacken werden also okay okay ich esse das brot ich kann mir mal brot hier in der früh aufstehen brot essen ach so ich kann doch den anderen geben hier hier gebratene dinge kann ich auch die einfach füttern hier von aus der range das ist ja mein team genau dass man mir mitkommt so fackeln habe ich jetzt hingestellt wollte das hier bauen kann diesen bereich nicht gebaut werden zu nahe an deinem speziellen boss bauwerk was ist das ach so das ist nur so ist nur so oder was ich weiß gar nicht ob ich überhaupt alles ins haus baum mir das hat so draußen gut gefallen aber wenn jetzt die angreifer kommen sich dann schon schauen dass ich es rein tun die ganzen sachen wieso hat dieser pal hunger ist doch was jo was haben wir hier du hast keine verwendbare rezepte schalte welche in der technologie frei wird gemacht wird gemacht b c primitive werkbank wie die werkbank habe ich jetzt auch hier drin schön reparieren und ich glaube ich kann die ding upgraden jetzt ich glaube ich kann das hier alles upgraden jetzt geil baue zerkleinerer steinbruch holzfäller lager jo das ist das ding holzfäller lager brauche ich sehr geil jetzt kann ich noch mehr ins lager tun gut der kann ja 45 so noch ein schaf so viele sachen hier ich hab das vergessen musste ja mal so was beim haus entstellen technologie weiter geht's habe ich alles gebaut bauwerk gegenstand ja warum sagte mir das blinkt ich habe doch nichts mehr warum blinkt das denn hier was will er denn von mir ist doch nichts mehr ach so das weiß die mission ist blutkasten lege ein polei hinein und wird automatisch ausgeblüht ich habe keine punkte ich muss leben ich dachte ich suche mir noch ein paar viecher dachte ich suche mir noch ein paar viecher die stelle also das bauen ist sehr simpel gemacht hier ist jetzt echt nice bis jetzt nice man jetzt automatischen holz ich wollte holz rein tun wenn ich jetzt noch eine bauen wollen würde ich brauche ich holz dachte ich wollte schauen wo ich am nächsten welche bauen könnte ach die tun auch er geht ja alle tun ja sammeln jetzt hier noch mal baue geht rüber geht es nicht ne ok das krass dass die halt überall mithelfen die viecher ultra ultra aber ich brauche bett noch für das teil holzteil wäre super muss man schauen welche das können die leben ja alle mit die leute bett genau ich lasse sie jetzt weiß nicht so richtig auch bei mir schlafen lassen ich lasse ja nicht jetzt draußen schlafen wenn man netter weiste so schön in der frischen luft kann man machen kann man machen deine auswärts eine pause macht ich bereits und besiege den dem boss im turm ja ok na klar ich glaube dass die am besten kämpfen können frost meister guter läufer mehr muskeln als verstand angsthase ach die haben alles wir haben alle noch mal extra fähigkeiten angsthase pyromane großkotz fragil frost meister was mit dem grobian und angsthase angriff 130 135 und die da 157 der schwer verletzt steht da was hat er denn warum ist er schwer verletzt auch schwer verletzt was haben die denn so hp ist alles voll bis zum alles voll kürze habe ich 41 glaube ich aber noch mal kurz so auf den weg vielleicht fange ich ja jemand neues level habe ich jetzt sieben oder was hier da und tun wir natürlich und ich muss mal gucken ja so ok geht nur so lange wie ausdauers okay das ist ja irgendwie immer so oder deswegen mehr ausdauers killen oh guck mal da ist ein flieger oha kann man auch auf solchen dann auch selber fliegen wo ist das vom kom 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 ich glaube nicht mehr ist rausgekommen und er ist fast tot ja 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 so seine geburt doch gut im umgang mit feuer und verschluckt sich oft daran niesen der fox parks und und irgendwas ok hier paul decks feuer sehr geil feuer und ach das sind diese 1 attribute feuer wasser und so ein scheiß oder was der kann nur feuer erzeugung leder feuer drüse das war es mehr kann er nicht okay gez gez oh mein gott unaufhalte natur gewalt level 38 krass ist scheiße habe ich auch noch nicht ne na zu früh zu früh aber vielleicht geht es ja geht schon mal easy krimis oder kremis habe ich was mit dem kremis wo ist der hier oder da kremis wenn kremis im team ist wird der angst von pauls des kremis auf eine fifa und es wird manchmal wollen abwerfen okay es wird der angst wird so eine art bach wo sie was so habe ich bei anderen gelesen kann auch für fehler als flammenwerfer ausgelöstet werden wo sie das doch geht geil machen ist er voll lustig den haben wir schon einige und hier bin ich noch zu klein oder was denn das finde ich muss noch einen der körper dieses falls besteht aus einer baum hat ähnliche substanz wenn ein kuss du musst an sein hütchen verliert fängt es an feuer hier gras erde gras ok aussah nach der ist der der seht dann mögliche beute werden sagen okay der seht dann zu hause scheiß nicht machen ok safe mehr ausdauer aber schon diesen fuchs hier fox parks sind ja nicht aggro aber sowas auch dann zu zweit besiegen man mehr mehr ist am server nightwing und wollte er nicht trotschen angst w ancestors o bj's und zu klein oder jetzt kommt ja nein doing verschleppt neugeborene pols in sein nest und zieht sie dort auf wenn die zeit reif ist werden sie gefressen okay ich dachte vor aber das ist ja mit dem ja okay hoffe sehr geil hp ist krass hp ist heftig kann ich mich hoch heilen oder hp ereckt aber es gibt ja medizin habe ich gesehen schon erstmal den nightwing an wie geil hier nightwing endlich mal ein geiler name das haben wir gelesen sammeln leder sammeln level 2 kann als flug hier gibt das wollte ich lesen kann man als flug den genutzt werden wie geht das jetzt schon 1 nightwing hast du hallo night meide was geht gesperrt ich kann nicht ich kann nicht aufbauen bei dem ich glaube ich kann im kampf sogar hier sein da könnt ihr die fähigkeiten da sehen gesperrt ok cooles teilmann ich weiß vielleicht bin ja nicht so weit ich muss noch irgendwie reiten lernen aber geiles dinge ich check jetzt auch diese fähigkeiten da wenn wir das ist nur zumindest 13 links rechts und es halt dann benutzen rausschmeißen oder wieder reinziehen ich will gern die ging ich will gern so ein sohn die ja die erfangen so die erwelt und ich weiß nicht das mikrofon machen soll wenn ich so vorne mit gebückt sind auch wenn ich mehr und man ist dann klarer vielleicht das sound müssen wir da höher macht was nicht genau so ein hey dir jo dir leben ist nicht hoch aber ich probiere den elfer trotzdem scheiße wenn der andere auch noch kommt wo er nicht den anderen treffen den mammut legt mich am arsch richtigen treffen würde da das ist ja einfach im baum hängen bleiben oder wo 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 hier bin ich gestorben erster tod hier gras ja wenn man es beim spieler pausen geschehen bleiben an der stelle an der musik wurde ist damit schnell wieder ein bevor sich immer anders dran bedient das fies wie jemand anders das frech ist sogar auf der karte die ganzen gegenstände ist krass ich wollte die droppen aber sie sind anscheinend nicht im angreif griff modus gewesen die sind nicht man das modus gewesen ich wollte dass der dass der dass der nightwing mir hilft wo muss ich das alles 1 bei dem alle alles einsamen x ok dennoch böse rüstung beschädigt ok verteidigung weniger dafür aber hier ist er alleine guck mal was du wirst den nightwing hier vier befehl zum angriff ok fast hier ist er alleine jo störung ist eine so miese taste für sowas reicht geil mann unser nightwing tot wo ist er denn nighty mcknight die luft kanon hat andere irgendwie gelernt hier hey dir jo dir das herren mitglied mit dem prächtigen geweihe wird zum anführer gewählt also dir mit an abgebrochenem geweihe verlassen die herde und sterben irgendwo wo sie niemand sehen kann kann als reite genutzt werden beim reiten sind doppelsprüngen möglich und du kannst bäume effizienter zerstören holz fällen kann der es menge viel vor leder und hohen ultra ich habe level abbekommen für den glaube ich geschirr zur handhabung von fax packt so mich ist der fax packt damit damit bei aktivierung der partner fähig als landwerfer auszurüsten na klar holz verlage bin dabei steinbruch zerkleinerte ja brauche ich zum weiterzukommen giftbogen ok lust und beschädigt ja dann gehen wir mal kurz heme habe ich denn eigentlich in der tasche oder wo ist er denn der typ muss da nicht er also die ich jetzt gefangen bin hey dir also gefangen habe ich den geld du hast genutzt status punkt video das ist egal einfach mal lochen tun hier oh mein gott was hier alles ist ja der hat aber gut geholfen der nightwing der nightwing hat gut geholfen sage ich hohen kann ich einfach wegschmeißen das ding das gibt doch gar nicht so abwarten wie krass das spiel an sowas auch denkt ah warte mal die ja